Enepetai Siebenmal ist das in dieser Größe im Stadtbild zu sehen, etwa drei Wochen lang. Auch an vielen Masten hängen Fotos. Sie zeigen ehrenamtliche Wehrleute und Arbeitgeber. 13 Arbeitgeber beteiligen sich. Die Werbeaktion unter dem Motto Wir fördern das Ehrenamt hat einen wichtigen Grund. Die Freiwillige Feuerwehr braucht neue Frauen und Männer in ihrem Reihe. Der Löschzug Melsbealtenverde und die Löschgruppen Verde, Oberbauer, Rückeback und Kühlchen, Königsfeld, erreichen schon seit einigen Jahren nicht mehr ihre Sollstärke. Gleichzeitig soll das Plakat, so Ehrenamtsbeauftragte Sabine Hofmann, auch zeigen, dass es große und kleine Firmen gibt, die selbstverständlich freiwillige Wehrleute beschäftigen und sie bei Feuerwehreinsätzen von der Arbeit freistellen. Das ist eine besondere Leistung der Firmen, sagen Bürgermeister Wilhelm Wigenhacken und Sabine Hofmann, ebenso auch der auf dem Plakat abgebildete Stadtbrandmeister Rainer Kartenberg. Landhoff, Landat melden die freiwilligen Feuerwehrenproblemen mit Arbeitgebern in Enepetal ist uns so etwas nicht bekannt, sagte Stadtbrandmeister Rainer Kartenberg in der Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Melsbealtenverde. Auf dem Plakat bekräftigen 13 Arbeitgeber, dass sie stolz auf ihre Beschäftigten sind, die ehrenamtlich in der Feuerwehr arbeiten. Es sind folgende Unternehmen. Dominik Wolt, die für Hans-Günter Adrian die Drehleiter ausfuhren, sind übrigens Profis. Sie zählen zur hauptamtlichen Feuerwehr der Stadt. Info. Quelle. www.derwesten.de-staat.de-betal-chefs sind stolz auf Feuerwehrleute i761-91-16. HTML Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.